So, Far Cry 3 wieder ist angesagt hier heute Abend um 18 Uhr, wenn du natürlich super aktuell guckst, ist wirklich super aktuell. Ich glaube hier kommen wir auch nicht wirklich weit mit Schneibern, denn das ist nämlich... Ich würde das gerne rausschneiden jetzt, aber ich lasse es mal drinne, weil es gut aussieht. So, hier müssen wir auch wieder von unten her angreifen. Aha, heul, weil, ähm, wir da wieder super an die Alarme rankommen. Das sieht echt nice da hinten aus, ich will da mal unbedingt dann hin. Oder, ja, man kann ja Alarme ungünstig ausmachen und da versuche ich lieber die so auszuschalten. Sprich, Alter! Oh, fuck! So. So, gehen wir mal rein in die gute Stube. Nein, kein Urlaub mehr für dich. Da hinten sind sie alle schön versammelt, komme ich hier an den Alarmgut ran? Immerhin füllen wir hier. Hm. So, unbedingt komme ich da nicht gut ran. So, ich mich echt von vorne rumschleichen. Das ist doof. Hä? Uh, wie geht's da? Okay. Okay. So, das ist das. Eben. So, ich muss da dritte, dritte dritte. Dann, bitte dritte dritte dritte. So, du bist du da dritte? Ja, okay. So, du bist jetzt... Da oben ist auch noch irgendwo einer. Kacke. Ich könnte hier so einen Ketten-Takedown hinlegen. Der nächste? Der nächste. Was zum? Der nächste. Das ist doch hin, Jay-Foot. Sehr geschickt, Snow White, aber ich finde er dich. Heilige Scheiße! Du hast nichts gesehen. So, du auch noch. Glück gehabt. Das war knapp, ey. Er hätte uns mit einem Schlag noch erledigen können. Wunderbar. Den Außenposten haben wir auch. Und jetzt gibt es gleich noch einen letzten Außenposten. Dann haben wir alle Außenposten in Far Cry 3 erledigt. Das machen wir auch noch dieser Folge. Der Außenposten gehört den Rackern. Und so wird es auch live. So. Wo ist denn der Letzte? Da hinten. Da, das ist das, was wir hier die ganze Zeit sehen. Das ist echt. Was ist das? Der Stützpunkt. Das ist Heutzbrück. Das ist Heutz sein Vermöchtnis hier. Beutekiste. Und was ist das hier? Das ist auch noch irgendwas. Nun gut. Auf zum letzten Funkturm. Außenposten. Und wenn wir den geschafft haben. Dann haben wir es halt geschafft. Und dann ist Far Cry noch nicht zu Ende. Denn ich werde dann noch ein bisschen diese Todaufgaben machen. Und noch ein paar Tiere jagen gehen. Aber ich glaube, dann wird sich so mit Folge 70, Folge 75 wird sich dann Far Cry 3 endgültig von uns verabschieden. Dann wird eine kleine Pause eintreten. Ich papsche ein kleines Zwischenprojekt. Was aber wirklich nur so für die Leute ist, die Geduld haben. Das sage ich gleich vorneweg. Denn ich werde wahrscheinlich so ein bisschen SimCity vielleicht machen. Und vielleicht noch etwas auf der Konsole. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht Forza Motorsport ein bisschen. Waren wir hier nicht schon? Den Außenposten haben wir doch irgendwie schon gemacht. Und dort können wir uns aber nicht wirklich reinschleichen. Das Problem ist, weil der Scharfschütz uns sehen wird. Ach wie geil. Ich werde mal gucken, dass ich hier von hier unten irgendwie angreife. Dass ich so immerhin den Alarm ausschalten kann. Denn von hier sieht uns keiner. Und die Sonne ist schon weg. Ich hoffe, es gibt kein Gewitter. Nö, nö, nö. Was ist das denn da oben? Ach so, die Palme wird angestreitet. Ich dachte, da ist irgendwie so ein blauer Laser. So, die rasen da gerade mit dem Auto durch. Huff! Mistfie! 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 Komm schon! Boah! Schnell! Boah! Jetzt die 8 hinterher! Kacke ey! Ha! Ha! Ok! Ok! Gut! 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 Gut!